Ja, willkommen zurück, da sind wir wieder, die Gruppe ist ziemlich schnell voll geworden. Ähm, von daher... Das sind keine kleinen, äh, Gildenmitglieder. Komfort... Ähm, nee. Oh, level 5. Oh, das kann ich mir nicht kaufen. Oh. Brauch ich... Ink Jade, okay. Ja, die Jade kriegst du aus Besonderen, äh... 69, boah. 69, 69. Wer kann nicht rein? Irgendein ganz länger kann ich mit rein. What map you are on, dude? Einer kann nicht rein! Gut, dann der hier. Du, 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 du. women Die kann ich mir mit Bronis targets kaufen, geil. Diese Dragonspikes kann ich mir mit denen kaufen. Äh, ja, klar. Yuki ist mit dabei. Yuki. 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 Kommt, wir holen noch ein paar Spinnenkloppen. Spinne, Spinne. Hier ist ein PvP. Ne, ich brauch dieses White Jade, brauch ich. Ja, White Jade bekommst du unter anderem... Also kann ich mir nicht mit Bronze Shorts kaufen. Ja, doch, aber du brauchst halt das gewisse Level dafür. Später kannst du diese mit Bronze Shorts kaufen. Du kannst ja auch, meine ich, die Anfängerkristalle mit Bronze Shorts kaufen. In Solan beim Händler da. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ansonsten... Wie gesagt, durch die Events. Die dienstags und samstags sind oder so. Du musst mal im Internet suchen. Da gibt es den einen oder anderen Guide. Jawohl, und da ist der Nächste mit dabei. Haben wir jetzt echt? Sind da Blade Master oder was ist das? Ja, wir haben drei Blade Master dabei, oder wie? Ah, wie spät haben wir es? Ja, in 16 Minuten gehe ich mal auf, gell. Kannst du ja machen, ja klar. Wo laufe ich jetzt? Äh, Daily Token. Fünf, was? Drei Mal Runs. Warum eigentlich drei Mal? Wahrscheinlich wegen der Zusatzbelohnung, ne? Oh, hier hat jemand das schöne Mount. Wahnsinn. Also da frage ich mich echt, wo die Leute es herbekommen haben. Ob die halt gecashed haben, oder... Aber es hat halt schon einen Style, ne? Wahnsinn, was für ein Geweih. Schickes Mount. So. So, erste Waffe durchbrochen. Zweite Waffe durchbrochen. So, wieder da. B-B. B-B-B. Ich habe jetzt meine zwei Waffen erstmal durchbrochen. Oh, seid ihr jetzt reingegangen, oder was ist hier los? D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Ja, die nächsten 50 Minuten. Oder ich mach durch, je nachdem. Mach's durch, nein. Aber ich wundere mich, wie lange ich... Was, es gibt ein Intro? Achso, uns wird jetzt erklärt, was wir zu tun haben hier im 60er-Modus oder was? Das ist das erste Mal, dass ich das Intro sehe. Ich verschieße meine ganze Kohle, ich verschieße meine ganze Kohle wieder. Ja, verballer wieder alles, mach es. Ich stecke am Baum fest, Hilfe. Gratulation. Danke. Achso, ich kann so mal hier ein paar Raid-Fläschchen zu mir nehmen, ne? Oder? Habe ich mich jetzt überschrieben? Ich weiß es gar nicht. Nein, noch alles gut. Ah, jetzt bin ich draußen. Lass dich mal. Da, 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 da. Ja, glaube ich. Waffen? Eine besondere Blume, die man abbauen kann. Oh, yeah. Was ist das denn? Erstmal, da ich die hole hier. Oh, yeah. Hm. High-Grade-Fodder. Nicht, Pling. Ich kann's nicht sehen. So, ich hab jetzt, meine Waffen sind jetzt erstmal full entsockelt. Ich kann's nicht sehen. Oh, ja. Der war gut. Haben wir auch einen Tank hier? Ja, haben wir. Ich würde mich eigentlich schon gerne in den Gang stellen. Ja, genau, spring mal in den Gang. Dankeschön. Dann guck ich mal mal in 20 Meter. 20 Zentimeter. Ah, nee, 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 komm. Nee, nee, komm, Feierabend. Ja. Schlimm genug, wenn man sowas kennt, ne? Ja, sowas wurde halt mal gesungen, ne? Ja, das war damals halt modern. So, auf geht's zum nächsten Boss. La, 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 la. Eigentlich könnte man... Nee, nicht von hier. Gehen wir hier lang. No, 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 no. Okay, hier ist kein Boss. Das ist natürlich jetzt unlucky. Dass wir hier keiner ist. So, auf zum nächsten. Spinne, Spinne. Ich finde die Spinne extrem gut gemacht, muss ich dazu sagen. Also ich bin so halt so ein Reptilien-Fan, aber die gefallen mir sehr gut. Auch noch Reptilien-Sache. Das ist für mich jetzt echt hier... Mini-Spinner rum ab hier. Ja. 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 So, ich hab jetzt meine ganzen Waffen entsockelt. Gut. Also mein ganzes Equipment hab ich jetzt komplett entsockelt. Willst du jetzt die Steine verbessern? Steine verbessern. Ich hab noch gar keine Steine. Ich sag, ich hab Level 1 PVE oder so. Ist ja auch okay. Hauptsache, da ist welche drin. Ich hab jetzt noch ein bisschen Hermatite, damit ich... Du schmeißt den Steine auf mich, ey. Wahnsinn. Mann ey, boah ey. Voll ey. Oh, schade. Ich dachte, ich wär schneller. Ja. Sehr gut. Ah, ich brauch das 56er Ding. Wo kommen wir da eigentlich rüber? Ne, so nicht, ne? Ach, jetzt sind wir wieder im Kampf, weil die oben gegen den Boss kämpfen, glaub ich. Ich hab wieder irgendwas verkauft. Ich weiß zwar nicht was, aber wir haben es verkauft. Glaub ich hab auch irgendwas verkauft. Äh, jetzt ist die Frage, war das hier unten? Weiß nicht, ich geh mal gucken. Ich geh mal gucken. Boah, was? Hier, B, krieg ich das nicht woanders? Ja, so, ja. Schötet das Elite-Orb-Spinne. So, haben wir jetzt da noch einen gehabt? Ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht. Haben wir da jetzt noch einen? Oder sind... Ne, hier ist der. Ja. Ach, sie sind noch nicht fertig. Ach, wie kostet das? Ach nee, sechs Stück kosten acht Euro. Joa. Und wenn du da so 20 Euro holst, so... Wir sind denn 20 Euro. Aurum. Ähm, 20 Euro sind, mein ich... Boah, da fragst mich jetzt was. Warte, ich kann's doch... Okay, das find ich doch jetzt schneller, pass auf. Ich krieg einfach aufs Aurum-Zeichen halt. Lol. Warum? Warum? Blut! Keine blassenen Schimmer. Ah ja. Aber du musst ja nicht cachen, weißt du ja. Es verführt dich nur dazu, Micha. Es reicht, wenn du Premium und so hast. Das Spiel ruft zwar, kauf mich, nimm mich, kauf mich. Aber du musst es nicht. So, nee, wir haben alles. So, einmal nach oben. Premium Loot. So, jetzt werde ich mal resetten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden der Skill eigentlich gibt. Ich habe den nicht weit hochgeskillt, aber ich glaube, der könnte interessant sein. Ich meine, zusätzlich zum Rocket Barrage halt. Rang 9, 11.000 Demon Slayer Points. Boah. Mhm. Na gut, aber Rang 9, Demon Slayer ist halt Level 79 und so, ne? Also, das ist, weil ich hier gerade schaue. Offensiv PVE Mark 2 Bound.